Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Hike and Fly Startplatz beim Jugendkreuz auf der Pargenspitze in Osttirol. Hier diese Fläche, wunderschön nach Süden ausgerichtet und der Blick geht hier hinunter ins Pustatal. Gleich hier drüben ist die Grenze zu Südtirol und hier unten liegt Siljan. Ja und man kommt ja auch nur zu Fuß herauf. Von Siljan zum Beispiel sind es circa 1200 Höhenmeter hier bis zum Gipfelkreuz an der Pargenspitze. Und sehr praktisch übrigens, direkt hier wenige Meter entfernt, dahinter ist ein schöner großer See, der Turntaler See. Da kann man nach dem Aufstieg auch kurz hinein springen und sich abkühlen. Ja, hier das Jugendkreuz der Hike and Fly Startplatz bietet eine wunderschöne Aussicht, wie man sieht hier zum Beispiel nach Süden, Südwesten in die beeindruckenden Sechsteiner Dolomiten. Ja, die ganzen Dolomiten beginnen hier. Das Pustatal geht hier weiter nach Brunneck und direkt gegenüber sehen wir den Helm, auch ein recht beliebtes Fluggelände in der Gegend. Ja und dann hier natürlich das Pustatal Siljan mit dem Turntaler, den kann man hier, also Turntaler ist gleich hier östlich anschließend, gerade nichts nicht ganz zu sehen. Ja, hier um die Ecke doch, man sieht schon den Stadtplatz Alpergele da drüben und weiter im Hintergrund die Lianzer Dolomiten. Ja, wie gesagt, 1200 Höhenmeter spaziert man hier herauf. Von Siljan ist das ein wunderschöner Weg, der vielleicht für manche etwas zu weitschweifig sein könnte, wenn es jemand ganz schnell und steil will, dann kommt er besser hier von Armbach herauf. Da könnte man auch, wenn man will, ein bisschen abkürzen, indem man mit dem Auto schon rund drei, vier hundert Höhenmeter den Hang hinauffährt. Aber meine Empfehlung hier auf jeden Fall von Siljan herauf zu kommen, dann geht es meistens hier wunderschön den Hang entlang und hier an einem Bach vorbei bis zu diesen wunderschönen Seen. Hier gibt es mehrere, einen sieht man da unten, den nächsten da hinten und der größte, der ist eben ungefähr auf gleicher Höhe da hinten, der Turntaler See. Ein großer, schöner Bergsee, der sich auch gut zum Schwimmen eignet. Ja, und dann hat man hier wirklich einen fantastischen Flug, egal ob man in die Thermik einsteigt oder einfach genüsslich ins Tal hinuntergleitet. Bis zum nächsten Mal.